moin moin leute was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft memory mit der weise aller kuchen lücheln er sagt nichts okay gut du sagt es ich soll ruhig sein also gut ich sehe gerade der hunger das heißt wir können unsere frucht testen ich habe das schon getestet die gefährlich ja aber nur wenn man die agent 98 die ist nämlich an mich gebunden hier steht so bauen to agent 98 weißt du dass er war jetzt erst mal in ihr bist so gut als nächstes wäre es ja unsere scheinbar kann ich auch einfach gleich mal zeigen die es unten irgendwo hier ist er wir haben schon sate 25 shine produziert ist nice also kommt gleich in 26 was du weißt ich nicht kommt hast du clay natürlich habe ich gleich gibt es dir aber nicht weil ich davon ist nicht unendlich ab jetzt aber 26 ich brauche doch nur ein einziges clay ach das clay oder ja und es verformt sich natürlich in vier stücke war ja klar und ich brauche den blog und nicht die vier stücke er kannste zusammenklappen wieder ja aber dafür wohl erst mal wieder fünf ne brauchst du vier ach so okay so wir brauchen jetzt nämlich noch eine kohle farm die habe ich nämlich auch noch nicht und eine blaze farm das machen wir jetzt dann um demnächst um genau zu sein mit blaze meinst du blaze oder beziehungsweise damit wir in gerium automatisch herstellen können rote farbe kann man nur aus allen zu machen auch oder außer einem gemüse genau dasselbe hätte ich jetzt nicht gesagt so wir machen jetzt ein kohle farm und zwar eine farming station schon wieder in klammern anführungsstrichen worte aber und das dürfen wir erst mal kraft es dauert jetzt wieder ein bisschen das ist aber kein problem würde ich jetzt mal so sagen oder das ist ein problem was dass wir eine farming station brauchen ist mir doch scheißegal was du brauchst ist auch eine antwort so 36 stahl brauchen wir silikon 36 stück und dann brauchen wir was nochmal ach kohle cold powder 36 stück so und das darf jetzt erstmal brutzeln es darf brutzel brutzel machen so genau dann brauchen wir iron 16 stück und 16 enderperlen aber zum glück alles da war ich ja enderperlen automatisch produziere seit ein paar folgen das können wir auch noch nachfragen dafür braucht man enderperlen hier für fast komplett enderio ok enderiosen mod und da brauchst du wieder enderperlen so und dann brauchen wir noch solarium da brauche ich 2 soulcent und 2 gold habe ich ja alles glücklicherweise da das muss aufgebrutzelt werden gleich das dauert einen kleinen moment kann man aus diesem mystischen blauen blumen auch ähm farbe raus bekommen ja kannst du die man auch einfach nur als farbe benutzen kann ja gut äh ne doch kann man da kommt diese missili mystical light blue petal richtig und das kannst du zur farbe weiter kraften wie mit einem mortar und pestle aus brutania den baue ich wie indem du nur dann auf items guckst du was machst meinst du ich hab das im kopf hast du im kopf zu wissen nö hab ich aber nicht so ähm jetzt warten wir gerade ein wenig wieso ich mich jetzt eigentlich rübergegangen weiß ich auch nicht so genau ich vertröde schon wieder zeit ich bin böser mensch lol was ist es gibt hier ne safari netz schießer wenn ich das schon beeindruckt so ob sie sieht ja ist ich mache jetzt gerade mal multitasking hier und dann müssen wir jetzt jede menge scheiße bauen um genau so sein so wie hieß diese komische pläste oder was water and pestle so und pestle hinten mit le und vom mod brutania so wir brauchen jetzt einen export bus dafür wieder dann brauchen wir den storage bus wieder brauche ich jetzt meinen sticky piston dann brauchen wir den storage bus dann brauchen wir das teil hier dann haben wir den storage bus okay gut dann brauchen wir eine kiste eine trashcan dann brauchen wir zwei cyclic assembler so und so die haben wir jetzt auch dann brauchen wir zwei cashes glaube ich denke ich mal eine haben wir schon mal was brauchen wir für kohle oder kohle blöcke also wie heißt die quest wo ist sie wo ist sie wo ist sie füllen die winfoss cash mit kohle blöcken okay also müssen wir noch eine weiter da craften obsidian dust ist ja schon da led holen wir raus dann craften wir das teil noch und das zeug ist auch fertig sehr schön und arako ist stumm ganz geil eigentlich so wir haben jetzt hier pool seit den iron da brauchen wir jetzt noch zwei dias so zack dann brauche ich einen zombie cop haben wir nicht mehr ich habe welche gibst du mir einen ab vielleicht weil wenn ich hinkomme dann sagst du ne oder man kann sich die ja zum glück mit dem wither cop craften und den kann ich oh da habe ich auch eine pflanze womit ich mit Hilfe der essence den wither cop machen kann wo bist du denn da wo ich bin dann kann ich dir den zombie cop nicht geben ja wieso ich crafte mir selber okay gut ich kann es halt jetzt ich kann es auch brauche ich nicht mehr craften ja weil du den schon gedroppt hast ich könnte noch farmen aber da habe ich Bock drauf wie da hast du eine monster farm nee ich habe blumen äh pflanzen wo ich das ernten kann wieso ich habe schon mit der cop jetzt so ein quatsch juckt es mich welcher mensch braucht sowas ich nicht doch so jetzt stellen wir Leder her in botanien ich habe jetzt aus 16 überhaupt ein flash 16 Leder gemacht und dann bauen wir jetzt den zombie cop zack genau dann gehen wir jetzt wieder hoch machen ich hole jetzt noch 2 silikonen und ein redstone raus 2 silikonen ein redstone und dann über dann haben wir gleich ein z logic controller das ist so ein ding das keinem interessiert doch mich schon hallo was ist mein hund hat sich gerade auf meine tastatur gelegt und pennt auf die tastatur mit der du gerade zockst ja aber die äh aber auf die stelle wo ich sie nicht brauche sieht lustig ums das will ich glaube ich nicht sehen ja mit der angst vor hunde könnte ja beißen ja aber heute könnte er mich jagen vor allem mit so einem ganz kleinen wow wow hier der nicht mal was tut außer bellen oh schade der bellt nur und rennt weg und was bist du ne oberpussy genau also wer ist besser ich selbstverständlich weil ich nehm nen hackeball und dann ist der hund im arf ok jetzt haben wir das jetzt brauchen wir noch das zeug dafür müssen wir rüber in klammern dann zwei itemfilter und zwei schematics wieder und dann jo hä was ist ich habe genau das gemacht was da steht aber ich kann diese dämliche deco bench nicht bauen dann machst du was falsch oh darf man diese eine bestimmte art farbe nicht nehmen die flora blu ach so weil die hell ist aber so n quatsch ohhhh dann suche ich mal ne dunkelblaue und ne zucchini habe ich auch noch bei so mhm dann brauchen wir Papier zwei vier zwölf dann brauche ich Holz dann brauche ich Wasser aus wasser und holz kann man Papier machen wow wow was ist daran falsch nichts ist das unlogisch ne logisch eigentlich nicht aber ist sinnvoller aus Zuckerrohr und aus Zucker dazu machen das ist glaube ich dann doch sinnvoller ja auf jeden Fall machen die ganzen zellstoffwerke ja in real auch aus Zucker Papier machen sagtest du im real oder chernobyl sagst du im real oder chernobyl waa du sagst das im der machen die chemie fabriken ja auch in real oder chernobyl in real ah ok ich will mal was soll das heißen du weißt nicht was chernobyl ist musst ich das oh fail wie kann man nicht wissen was chernobyl ist muss ich das und du hast die Schule beendet ey und ich müsste mal wieder in den Kindergarten schicken oh mein Gott also wenn ich ne Axt mitnehmen darf dann gucke ich gerne ey willkommen Besuch von 4 Zombies und nen Gold im Skelettschützen und wer gewöhnt? äh der der wegrennt alles klar so ja und wer wegrennt ist klar ne ja du ja wieso ich bin ja nicht da deswegen ich bin noch nicht mal vor Ort ja deswegen du hast schon Angst und wusstest schon dass die kommen ne ich hab gar nicht mehr Lust zu kommen eigentlich wenn ich keine Zeit hab lol Pilzis kann man die auch Pilz anpflanzen natürlich kannst du das im Dunkeln och und warum können die hier am Tage wachsen wieso 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 was wieso hä kein Sinn die wachsen da irgendwo da wo es dunkel ist schön und am Laub zum Beispiel nö peng soo und nicht anders xd weißt du eigentlich was xd auf deutsch übersetzt heißt überhaupt nö muss ich das nur zu sagen ne ich weiß es ja auch nicht deswegen fragte ich dich ja ob du es vielleicht weißt kann ja sagen nö wenn du ja schon nicht weißt was Chernobyl ist ne hat man ja hofft dass du wenigstens das weißt ich weiß halt ich kann halt nichts was weißt du noch nicht wusst das Chernobyl ist ne kraftwerk gewesen das im atomar verseucht ist weil es explodiert ist schnauze schnauzeskelett hä lol da fliegt so ein komisches ding ich renne es hinterher was ist das was ist das gibt es hier auch noch irrlichter oder sowas nicht dass ich wüsste da fliegt so eine gelbe kugel in der luft bist du im Nether? nein im Nether kommt das vor ja ist ja logisch immerhin schießen die ja mit feuerbällen aber ich meine jetzt eine gelbe kugel die einfach hier durch die gegend fliegt aber im kreis äh I don't know Mensch du spielst das ding jetzt schon länger als ich und du hast das ding noch nie gesehen nö dann komm mal her hier ich komm nicht her ok guck gut ey noch ein zombie hirn eine hirne willst du jetzt noch haben äh bis ich keine mehr habe da war kein Sinn red hinter war das geplant Sinn was war Sinn nicht ich weiß ja nicht mehr was ich gesagt habe alles klar ja das war ein fail jetzt ja du bist einfach nur fail ok oh zombies bei mir gibts nichts außer leckeres hirn und das kommt auch noch von euch also ich geb euch eure hirn zurück und dann könnt ihr mich in ruhe lassen ja? nö ne lieber geben sie ihr hirn wieder sooo coo blueberries nö sooo äh coo 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 ich sag jetzt mal nicht das was ich jetzt verstanden habe du verstehst sowieso immer nur das Gegenteil von dem was ich sage oder so ja vor allen Dingen auch noch schlimme sachen die ich gar nicht mal sage ich fühle mich jetzt gleich beleidigt von dir sooo mhm mhm oh ey als ob der auch die Farbe nicht nimmt ey ich brauch fucking blaue Farbe tja und rein so troppe ich jetzt mal immer nur falsche troppe äh rote Farbe äh blaue soo mal das hier rein soo das hier rein blue belt müstige blue petal mhm hallo creeper willst du helfen bei der neue sanierung sooo ich hab kein autonomes eckei weiter gecraftet na sowas aber auch hab ich glatt vergessen ja ooo mhm 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 äh so biebida biebida soo autonavus activator autonavus activator autonavus activator die übrigens aus worden können brauchen wir ja auch noch ich habe nur den hund entschuldigt habe die gerade beinahe versichert ich runtergeschmissen hättest du mal wirklich machen müssen lieber schmeiß ich weg so ich würde sagen wir sind jetzt bei 20 minuten ich will die folge nicht wieder zu lang machen wie jetzt folge ich würde sagen bis zum nächsten mal tschüssi tschüss